Bald ist es soweit, dann endet auch uns in der Reise. Meine Aufgabe lautet, die Sprengkämpfe sicherzustellen und danach soll ich sie töten. Wenn du akzeptierst, was du getan hast, dann gibt es auch einen Weg für das Leben. Kämpfe gegen deine. Lass ihn an. Ich werde die Erde beschützen. Hast du denn wirklich geglaubt, wir könnten nochmal von vorne anfangen? Lass du abdrücken. Wenn es sein muss. Wir waren nicht als fliegend angezogen von der Verzweiflung. Wenn die Zeitknoten gelöst sind, kann die Menschheit nochmal von vorn anfangen. Ich bringe Licht in die Dunkelheit. Durch diesen 100 Jahre alten Geist werde ich zusammen mit der Dunkelheit auslöschen. Eine Aufgabe hat ja deine Chance zu überleben bei 1 zu 10.000 steht. Du hattest doch von Anfang an vor ihm zu opfern, nicht wahr? Los, vermiss euch! Das ist unser Schiff! Ja! Das reicht! Nein, sag das nicht! Du würdest nur lachen, wenn ich sage, das war doch ein Grund. Dieses Schiff ist alles, was uns geblieben ist. Aktivier die ganze dunkle Materie.